Servus, mein Name ist Luca, ich arbeite bei Hahn Automobil in Fellbach. Ich bin im zweiten Lehrjahr und ich zeige euch eines unserer Azubi-Büros. Also das ist unser Büro. Unter anderem haben wir auch einen dicken Fernseher hier, ein paar Monitore. Bewerbt euch gerne unter der Hahn-Gruppe. Ein Platz ist noch frei, wir freuen uns auf dich.